Und startet wieder. Aufnahme hat gestartet. Auch mal. Ich hab einen Geimgang gefunden. Herzlich willkommen bei MUKA.TV. Das hat mich jetzt mega schwul angehört. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu MUKA.TV. Heute den DTTT. Okay, Kevin. Harry mag kein Obst, Harry mag kein Obst, das ist Fakt. Oh ne, schweiß, schweiß, schweiß. Obst. Ey. Iiiiii. Alter Fabi, das war ziemlich knapp. Wollt, wollt. Ey, wo ist er? Törnungs. Er ist wieder gestorben. Oh, Fabi hat ne Gold. Yo, ich wurd getestet. Heiß. Feuer, feufeu, heiß. Fabi ist da. Ich wurd getestet. Fabi muss verbrannt werden. MUKA ist schonmal... Ich wurd getestet. Wenn so Parry mir hinterherläuft, dann ist es so Parry. Dann töte ich so Parry. Ja, ja, warte. Find's aber nicht. Aber ich glaub, ich hab's auch hinterher. Wir rennen die ganze Zeit im Kreis hinterher. Und hier ist auch Matze. Ich bin safe und ich hab ne Shutdown. Nein, nein, das ist die Brücke, wo kaputt gehen kann. Wo ist ein Kevin, der Telemann? Ah, da kommt Shadows. Hi. Geh weg, Parry. Ihr habt das Gefühl, dass wenn ihr da über die Brücke laufen solltet, Parry sich mit dir... Oh, ich hab' beschossen von Shadows. Das war ich nicht. Mortag. Hier, Shadows ist Traitor. Ich bin proven. Okay, dann ist nur noch Parry üblich. Nein, Matze ist auch noch da. Matze, dann ist es Matze. Matze ist... Matze ist... Yo, Matze, komm aus dem Raum da raus hier. Ich töte dich. Komm raus. Wir wissen, wo du bist. Wer opfert sich? Der ist grad hinten lang gelaufen. Da, wo Parry lang gerannt ist. Hier, da hinten den Gang. Ja, der ist eh im Traitor Room. Hast du was aufgenommen gerade? Oh, hier ist ne AK. Nice. Kann man die nicht aufnehmen? Ich hab' einen AK gefunden. Hast du ihn getötet? Er ist gegen... Er stand neben einem Fass. Komm raus, Matze. Matze, komm raus da. Jeder weiß, was du noch lebst. Ich weiß nicht, dass ich noch lebe. Stell dich. Komm, sei kein Mann. Sei kein Mann. Komm aus dem Raum raus. Warum? Ich fahr' wieder ein Lachen hören. Weil der im Zuschauer-Modus ihm zugeschaut hat. Weil jeder weiß nämlich, was der Traitor ist. Jo, der ist echt. Der ist es echt. So, Parry. Matze, Matze ist hier. Wo ist der? Wie ist der Traitor? Eigentlich sind alle Waffen scheiße außer die Shotgun. Oh ja. Sie win. Bester, bester Traitor ihr wisst. Boah, Matze, du bist ein King mit den Leitern, ey. Ich muss nicht lachen, weil Matze kleidet so eine Leiter hoch, ne. Ist mit der Leiter so schnell hoch, fliegt über das Gitter auf den Fahrstuhl und der Fahrstuhl fährt wieder nach unten. Das sah so gut aus. Oh Gott, hier sind ganz Telefonien, die sind direkt Fässern, ey. Ich bin ein Leitern, Profi. Ich spiel' nur noch Shotgun und hier treff' ich sonst nix. Ich bleibe ich aber auch nicht, klar. Oh nee, keine Sniper. Ich warte förmlich drauf, ne. Was, äh... Wo soll ich dich hier? Aramka. Wer ist denn dagegen gelaufen? Nein, jetzt fahr ich schon wieder runter. Shadows war das. Oh, Shadows. Hallo, Mokka, 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 Mokka. Nein, ey, ich hab doch nicht geschossen, Mann. Was ist los mit dir? Du bist gerade rübergeschwungen, hast jetzt mal rüber geschossen. Ich dachte, da wäre ein Fass. Ja, ja, ja. Ich bin aber gut weggeflogen. Hallo. Sag doch Mokka, was? Was schießt'n da gerade? Irgendwer hat mich hinterher geschossen. Hab ich eigentlich irgendwo mit diesem coolen Fass getroffen? Schade, ich dachte, ich hab dich da mit dem Fass getroffen. Oh, du wärst doch mit einem Meta da rein. Raven ist kurz weg. Also ich... Ja, ich war schon mega weit weg. Junge, das war aber knapp. Boah, ich liebe diese Fässer in dem Spiel, ne? Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Ist so richtig... Oh, Mann, ich hab's mir im Dritten da drauf geschossen. Ey, Mokka, du musst die mal werfen und dann im Flug die Nummer abschießen. Da heulen die anderen. Hab ich im Video sogar schon geschafft. Ich hab die vorher angezündet und dann geworfen. Ja, wirklich? Wir wollten Kevin kill hin. Man, die sagt Kevin. Ja, Kevin ist so... Report for AfK. Kevin's Mom ist gerade im Zimmer. Pst. Hallo? Kevin's Mom. Es muss... Es muss... Es muss... Es muss... Gesaugt werden. Versteht ihr? Oh mein Gott. Aber Kevin, ey. Wir wandern nochmal mit dem... Wär voll geil in der Aufnahme. Ey, Fabian, wir müssen den Tritt auf das Fass geschossen. Mama, bitte nicht saugen. Mama, bitte geh aus meinem Zimmer. Oh Gott. Ah, nee, ist ja noch keine Runde. Hihihihi. 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 Oh nein. Nein, weg hier. Boah, das war gerade noch so. Hihihihi. Das ist jetzt ziemlich knapp, ey. Oh nein. Yo. Wahrscheinlich, oder? Wot zu, warum schießt er mit der Shotgun die ganze Zeit? Mein Mucker darmht mich gerade. Gar nicht. Oh. Leider. Da war ich hart festgeworlt. Morttag. Ne, ich hab die nicht geworfen, ich hab schon die ganze Zeit Leben hier Dann hat die Mukka geworfen Hey, gar nicht Leon! Leon! Was, Leon? Was veranscheiden die hier schon wieder? Mann, das ist scheiß Fass, Alter, das will einfach nicht Hi Mukka! Irgendwas brennt hier Ne, das hab ich aber nicht geworfen, das warst du oder Matze? Oh, Mukka Ja, ja, mein ich ja Irgendjemand ist da explodiert Wer ist denn da explodiert? Ah, guck ich hab noch 12 Leben Fabi hat sich selber in die Luft gejagt Richtig cooler Typ Hi Och Ich glaube, das nächste explodierte Leut, Incendium Wer war das? Ich hab die Smoke geworfen Ähm, Perry, bist du bei Mukka? Nein, so Ich bin hier Ja Ja, warum? Du Fotze, ey Wieso hast du wenig HP? Ja Mukka ist es Ja, Mukka ist es Der versuchte mich gar zu töten Ja, ich weiß schon Gar nicht Matze ist es Ne, Matze war innocent Dann ist es doch Perry Virus? Du bist Detective Hier Ich geb dir alle meine Waffen Guck Perry ist es Perry oder Mortak Einer von den beiden Oder beide Perry hat nur 1 HP Nö, ein wenig mehr Kevin, warum hast du nicht die Leiche durchsucht? Du hast mich einfach mit der Golden Gun getötet Ja, du Depp Okay, ich mag Fass einfach nicht Ja, ich mag Fass einfach nicht Bei so einem Quali dann Dings war Wieso hat der Fabi sich selber alleine in einem Raum getötet mit einem Fass? Ey, ich wollte ein Fass zum Rollen bringen Das Fass hat halt gerollt Ich hab einmal mit der Glock drauf geschossen Und dann hat das noch so ein bisschen gebrannt Und es hat mir nicht genug Es hat mir nicht am Rollen genug So und ich schnell halt Und dann Wollte ich noch einen Schubser geben Und dann ist es explodiert Genau in dem Moment Na, ist deine Mama jetzt rausgegangen, Kevin? Ja Okay, super Hast du die gegrüßt von uns? Ja Hast du Hanno gesagt? Aber mach ich noch Die Leute im Internet mobben mich schon wieder Machen wir doch gar nicht Kevin ist voll cool Die Mama mobbt den mehr mit dem Namen Ja Da kann er auch nichts für Ich bin noch am Leben Oh Gott Alter Shadows Oh Mann, du hast alles versaut Ey, lol, wo ist ein Shadows Shadows ist es Shadows Ich hab einen weggehauen Wer ist denn mit dem Fass grad eben reingekommen? Ich war das Shadows ist es auf jeden Fall Der hat Matze weggehauen dann Wo ist Shadows? Da war er Der ist tot Warte, geh weg Yo Sorry Hauptsache Hauptsache du sagst er ist tot Ich fang so Jo ok, ich schau auf zu schießen Und der schießt auf mich Nein, Fabiii Ich spring erst als er so auf Mucca drauf ist Das war so aus, als wäre er tot Fabiii Fabiii Weil der ist so umgekippt auf einmal Als ich drauf habe Hauptsache ich lauf durch die Gegend Auf einmal hatte ich so ein bländes Fass Und ich stehe vor Fabii Hehehehe Hehehehe Kostmann ist versaut, Mensch Ich liebe diese Fässer, ne Es gibt nichts besseres Ja Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da Oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video Und unten den letzten TTT Part Haut raus!